Willkommen auf meinem Kanal. Dies ist mein persönliches Tagebuch, geteilt mit der Welt. Hier halte ich meine Gedanken, Erlebnisse und die kleinen Alltagsmomente fest. Als jemand, der mit einer schweren PTBS lebt, ist dieser Kanal auch ein Ort der Verarbeitung und Selbstreflexion, ganz ohne kommerzielle Interessen. Ich möchte hier eine Verbindung zu Menschen aufbauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder einfach an ehrlichen, persönlichen Geschichten interessiert sind. Es geht nicht um Popularität oder Werbung, sondern um den ehrlichen Austausch und die gemeinsame Reise durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Wenn du authentische Einblicke und Geschichten schätzt, bist du hier richtig. Ich freue mich über jeden, der mich auf diesem Weg begleitet und Teil meiner Community wird. Lassen wir diesen Raum zu einem Ort des Wachstums, des Lernens und der Selbsttreue werden. Bitte beachtet, dass dieser Kanal mein privater Rückzugsort ist, ein virtuelles Zuhause für meine Gedanken und Gefühle im Umgang mit PTBS. Kommentare und Diskussionen sind herzlich willkommen, doch bitte ich um Respekt und Verständnis für die Sensibilität und Intimität dieses Raumes. Fühle dich frei, zu abonnieren und Teil meiner täglichen Erzählungen zu werden. Danke, dass du hier bist. wie wenn du damit zudehmen und probierst. hacerle dich ordentlich noch einmal ein bisschen. Please infect